So, mein Fahrrad hat hinten Augen. Sonne, Sonne, hat die Sonnenbrille auch. Und ansonsten wieder drauf, bitte keine Rechnungen einwerben, das ist mein Rücklicht, Notrücklicht, falls das andere versagt hier unten, ja, und hier kann ich Luftballons einklemmen in den Kleiderbügel, ich stabilisiere das Ganze noch ein bisschen, jetzt gleich zum Burger King und lade das Ganze hoch. Ach, und da hinten steht wieder so ein Roller, die neuen Roller von Frankfurt. Und hier wird gerade aufgebaut für die Eierennähen veranstanden. Ich stehe hier am Eisernen Steg. Hier das Schild zeigt an, aha, Goethehaus, Städtel, Liebigstraße, aber das wird jetzt zu dunkel. Oben kreuzt wieder ein Flugzeug. Ja, und hier kommt wieder mal die Staraufnahme des Tages. Jetzt ein Zeitrauber-Video. Was sehe ich da? Ist nicht etwa der Lenker mit drauf? Das klingt doch so. Nee, das ist alles anderes, was ich da gesehen habe. Gut. Hier mache ich auch ein bisschen Propaganda für die Personenschifahrt. Ah, muss ich mit dem Daumen auf die Bildfläche drücken, ne? Gut. Das ist jetzt hier mal ein 2 Minuten 31, 33, 34, 35. Na, machen wir mal 2,5 Minuten, Freunde. Oh, jetzt habe ich hier wieder. Ich muss hier scharf stellen. Das Handy, das macht mich schon fix und fertig, ne? Und der Roller steht noch da. Oh ja. Viel Fahrradausflug. Brumm, brumm, brumm. Und hier wird wahrscheinlich ein größeres Zelt aufgebaut. Das steht hier auf dem Baum drauf. Nadine Murphy, 23, 24 und 16. Wenn das, weiß keiner. Wenigstens ich nicht. Gut, dann trifft.